Entweder mag man ihn oder man hasst ihn. Ich glaube, viel dazwischen gibt es, glaube ich, nicht. Bei diesem ganzen Overacting, was er macht, schafft er es dennoch fast immer wirklich authentisch zu sein, weil es steht immer dahinter, was er macht. Es ist völlig daneben, manchmal. Und dennoch hat es immer irgendwas. Er hat Filme gedreht, die sind so grottenschlecht. Und er war so grottenschlecht, dass ich mich gefragt habe, ist das jetzt die versteckte Kamera? Kommt er gleich an aus dem Wandschach und sagt, April, April, ist das hier eine weltweite Kampagne oder was? Und dann ist er wieder wirklich brillant. Das schwankt. Aber der wohnt ja quasi vor der Kamera. Der dreht ja ohne Ende, das ist ja unglaublich.